Tobias Einis, mein Name. Redner, Verkaufstrainer, Verkaufsexperte. Warum unbedingt ich? Naja, das kommt darauf an, wofür. Also wenn Sie mich buchen wollen als Verkaufstrainer oder Redner, da bin ich natürlich der Richtige als Experte aus der Praxis. Ja, echte Kunden schon mal gesehen, jahrelange Praxis, deshalb. Bis zum nächsten Mal.